Hallo und Willkommen zur nächsten Nicht-Slash-Aufnahme. Aufnahme, das heißt die zweite Folge. Ja, ich kann zählen. Wir alle sind hier jetzt tiefer gelegt. Also, perfektes Tuning. Wir sind wieder dunkel. Genau, wenn wir aufnehmen, wird es recht wieder dunkel. Läuft bei uns. Nice, mich ruft gerade jemand an. Cool. Ignorieren. Eko, geh nochmal wieder hin. Nein, ach die Kugel. Ach man, die Kugel. Okay. Ich will dich tiefer legen. Ah, ich hab auch noch die Kugel. So. Kannst du direkt flachlegen? Nein. Nein, das mach ich nicht. Das ist dick. Das ist nicht Jugendfrau. Wer hat seine Kokosnuss hier liegen gelassen? Ich? Ich hab meine mitgenommen. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir suchen uns eine kleine Höhle. Denk an den Timer. Gute Idee. Was? Das finde ich also eine sehr gute Idee, den Timer jetzt nochmal anzumachen. Oh? Denn eine gewisse Person hat den bestimmt vergessen. Mensch, Eko war gestern nicht immer den Timer zustellen. Das ist so ohne Witz, ey. Das Problem ist, ich hab vier Herzen. Ich hab ein halbes Herz. Also, ich hab drei Herzen weniger als normal. Schlachten. Ich hab, ich hab Kohle gefunden. Ich hab ein HP. Nein, die Schlachten. Idiot. Ey, Junge, schlachte doch nicht. Bin mal gespannt, wie viele morgen Abend noch aufnehmen werden. Ey, hinter dir kommt ein Ding, hinter dir kommt irgend so ein komisches Mistviech. Wo seid ihr alle hin? Hat der ein Steinschwert? Ah, nee, ist ein Holzschwert. Sollte ich das, sollt ihr nicht wohl Fleisch essen? Ja, da war ein Creeper. Nee, lass mich immer alleine. Ja, das wollte ich eigentlich gezielt machen, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Ich hab gar kein Schwert. Weit nicht. Schlag das Fiegel auch noch zu mir. Hier, da habt ihr den Holzschwert. Das ist einfach für den Creeper. Hä? Weit nicht. Beschützt mich, ich bin wertvoll. Salz. Du bist wertvoll. Nein, Creeper, follow me. Wie lange hat es nicht unser Haus wegbaut? Hallo. Was ist das denn? Ja, ich glaub, das denkt sich gerade zwei Spinnen. Was kann man denn auf diesem Server so schönes mit Salz machen? Warte mal, Pams, hab es Kraft. Bauer. Döner! Ah, ich kann wieder laufen. Was, Döner? Ja, wir können Döner machen. Oh Gott. Äh, wer hat meine Sachen aufgesammelt? Äh, ich... Keine Ahnung. Also, zwei Axt hab ich. Ne, eine Axt hab ich zu viel. Nein, ich hab, ich hab deine Sachen. Dort. Hinten. Hinten. Nein! Okay. Pass auf, Creeper! Kopf los! Fängt auf jeden Fall wieder gut an, die Folge. Apropos, es gibt mehrere Städte auch noch. Ja, das... Städte, 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 keine Ahnung. Ja, steht drin. Irgendwann zwischendurch werden wir es überleben. Alles klar. Werden wir dir auch nochmal zeigen. Genau. Bisschen angeben. Hat irgendwer meine Sachen aufgesammelt? Ja, ja. Gut, dann lass mal wieder zurück am Anfang sammeln. Ey, da ist wieder ein Titan. Ich... Nein, ich will da nicht hin. Lass mich... Zwing mich nicht. Nein, hilfe! Oh, Alter! Jetzt gespeinert. Alter, Junge, Alter. Titan! Attacke! Fetzag! Fetzag, geh weg! Fetzag, geh aus unserem Leben! Oh, ich find das echt gut, wie er das gerade da macht. Also echt gut. Ich wollte schon am Ende des Lebens. Mobbing, guys! Mobbing, guys! Oh, guck mal, der Titan hat Sixper hier und was bei ihm nur ist. Wir mobben dich, Opfer, tot. Ah! Alter, ihr mobbt Leute zu Tode. Ja, das ist unsere Arbeit. So, kommt jetzt mal bitte her. Ich möchte irgendwann mal meine Sachen wiederhaben. Ich hab einen Eil genügendet. Wir können uns ne Eisenschaufel machen. Was bringt uns das? Ich hab ne Eisenspitzhacke gehabt. Gehabt, ja. Gehabt. Aha. Wir hätten hier die Falle gemacht. Trifst du wohl ne Schwarz mitgehabt. Also Salz hättest du auch behalten können. Hä, wer sammelt jetzt meinen ganzen Kram ein? Ich hab keine Ahnung. Eko? Nope. Gib mal mein Stram wieder. Ich kann mein Werkzeug wiederhaben. Und du hast mich falsch schreckt. Au, hallo. Und meine Fackeln. Ich hab keine Fackeln. Neb ich nicht. Puh, alter. Eko, du siehst leicht angeditscht aus. Echt? Ich hab keine Lüge. Kann man hier mit den Endermändern spielen? Also ich würde ansonsten mal vorschlagen, dass wir uns um eine Farm kümmern. Ja, aber das Problem ist in unserem Gebiet gerade. Keiner kann so gut kühlen melken wie ich. Aber mein Factory Loaded ist hier nicht mit drin, oder? Weiß ich nicht. Nein, mein Schwert. Ich werde nie sterben. Eko, du siehst aber schön aus. Eko, du siehst aber schön aus. In den Krieg! Oh, gosh. Oh, boah. Oh, boah. Nein, nein, ich hab bunte Steine gefunden. Ich bin eigentlich mit Zombie. Tim, du siehst leicht halbtot aus. Ich hab ein Gehirn! Leute, hör. Das halte ich für eine Lüge. Okay. Ich hab irgendwie Regenbogensteine gefunden. Hi! Also... Vielleicht ein halbes Leben, um es doch bewirken zu können? Nein, nein, die hab ich schon auch gebaut. Meine Frage... Kennt ihr eigentlich das Wort... BAUSICHERHEIT? Oder... Schutz am MAU? Nö. Hier kann man zu Tode fallen! Wer hat mein Creeper-Kopf gemacht? Ich hab eine Ahnung. Aua! So, wir müssen jetzt aber ernsthaft mal gucken, dass wir Nahrung angebaut kriegen. Ja, das Problem ist, dass es hier in der Füße ist und da ist es immer ein bisschen schwer. Was mit den Kokosnissen, kann man da nicht irgendjemand machen? Äh, hier. Nein. Kein Essen, glaub ich. Ich glaub nicht, dass nur ungeöffnet Kokosnuss ist. Kann das grad sein, dass ein Ender-Klein-Dingsbums jagt? Sag grad so aus. Pfff. Die, äh, Titans-Rug-Worlems, die jagen, äh, neutrale Mobs. Sie sahen lustig aus. So, ich geh mal auf Seeds, äh, suche. Loll? Ey, ich hab Helle, ähm, Kabel-Stands gefunden. Wir suchen ein bisschen Stress mit den, äh, Endermännern. Wieso ist das eigentlich immer Nacht, wenn wir aufnehmen? Ja. Ja. Äh, kein Lola-Seeds. Ja, das war jetzt die zweite Folge, ey. Wir warten einfach nächstes Mal, bis Tag ist. Oh Gott. Ah. Ich hör, ich hör Stimmen von dem Enderman. Hilfe! Ja. Ich hab mir eine Ender-Palle. Wie lange haben wir eigentlich schon wieder drauf? Erst sechs Minuten. Aua. Okay. Komm mir irgendwie länger vor. Hm. Oh Gott. 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 Ich habe ein... Was zum Teufel ist? Leak. Ich hab ein Holzschwert. Leak. Peanuts! Ja. Zombie. Ähm, nein, da kommt schon wieder so ein hässlicher Looter. Nein, der hat mein Schwert. Oh Arschloch. Snowball Seeds. Essenz Seeds. Da kommen noch mehr an. Normale Seeds. Wo? Oh, da. Hier. Ein Zombie. Guck mal. Hier. Ein Zombie. Ein Zombie. Wieso? Oh. Irgendwie hab ich das blöde Gefühl... Wieder ein Zombie? Dass ich ein bisschen sehr viele... Wow. Ha! Algen. Ich hab keine Ahnung, was man damit machen kann, aber ich nehm sie mit. Essen. Kannst du sprinten, Tim? Ist das blöd? Ja, ja, ja. Ich bin ja eh... Ich hab's auch meinen Algen essen könnte. Dann hab ich mir... Ja klar, Sushi. Äh! Ja. Genau. Mensch. Oh nein. Ich hab Endermen auf dem Gesicht geschlagen. Fuck. Nein. Guck mal, wir waren gelb, oder? Dann brauch ich ja gar keine roten Blumen mitnehmen. Aua. Ja, ja. Wir waren gelb. Ach man, oh. Mann! Ach du Scheiße, Alter. Nein. Mir hätte auch rot besser gefallen, um ehrlich zu sein. Mutter. Ist doch egal. Junge. Ich werde jetzt mal vom Looter und vom Zombie auf die Fresse. Wird grad abgeschlossen. Drei Zombies. Drei Zombies. Drei Zombies. Drei Zombies. Drei Zombies. Vier Zombies. Latsch hier grad bei so einer... Keine Ahnung. Graslandschaft. Ich nehm mal, äh, gelbe Blumen mit dir. Lauf, Eko! Lauf! Warno, ich spawn' nicht. Hier sind direkt die ganzen Zombies. Nein. Ey, ich hab einen Huhn. Ah! Hilfe. Nein! Eko, spawn' mal. Hier spawn' ist lustig, ne? Verdammt. Der Mentor, ja. Lustig. Oh Gott. Ich glaub' ich hab Iron Gravel gefunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sterben. Da musst du hier mal so einen Kill-Counter einspeichern. Aber... Ah ne, ich hab Sinn. Profis am Werk. Ja! Ja, die Armee haben wir besiegt. Was ist das denn für ein... Also, die Sonne hat die Armee besiegt, nicht wir. Das ist ein Wanderer. Nur mal so fürs Protokoll. Was macht der Wanderer? Ja, ich glaub' wir haben... Wir lassen mal so Farmen. Glaub' mir an Item. Glaub' mir an Item. Glaub' mir an Item. Glaub' mir an Item. Ah! Was ist das denn? Ne, der wahre Farmer. Dankeschön. Glaub' mir einfach mal nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich bin grad ziemlich unproduktiv. Ich lauf' grad hier in die Kampa rum. Ist das nicht immer? Nein, mein... Mein ganzer Kram ist weg. Ah! Tage lang ist der Dunkelheit und jetzt die Sonne! Brauchen wir Erde? Ich hab' auch schon zieht's. Ja, ich hab' jetzt bisschen gefahren, ne? Also... Ja, ich hab' jetzt bisschen gefahren, ne? Also... Ja. Wer hat sich von euch ne Sichter dabei? Ich! Wer hatte... Wer ist ich? Aua! Eko, helf' mir doch mal! Nimm' auch noch mal... Wie heißt das? Ey, ey, ich hab' kein Schwert. Doch, ich hab' ein Schwert. Bamboo! Ich kann einfach mal ohne alles weg... ...löch' bei mir. Woll, ich bin der Bestie! Ich klau' mir mal die Spitze hatten, ne? So... Sammeln' mal den Kram ein, der da noch liegt. Ja, ähm... Ich weiß... Ich weiß, wo ein Mob-Spawner ist. Ah, das ist schon mal gut. Was denn? Obsidian-Totem? Ja, hier, hier ist nämlich so ein Baum mit ja viel Spinnweben. Ist für ein Baum-Kroft ein bisschen was. Alter, ey, da... Da fängt man ja das Kotzen an, ey! Ja, ich hab'n Spawner. So, ab nach Hause einfach erstmal. Wie ist denn... Wie lange nehmen wir schnaufen? Ähm... Ja, elf Minuten. Ja, gut, dann können wir noch einen kleinen... Was für ne Schaufel, Tobi? Äh, nein, ich hab' gar nix. Machen wir jetzt eigentlich 15 oder 20? 15. Sonst wird das zu viel. Ich hab' ne Kiste? Hä? Nein! What? Jetzt muss ich die Kiste halt mit der Hand zerstören. Wow! Ich hab' mal ein paar Hühner, ne? Also, wir haben zwei Electrical Steel. Ah, hier sind Schweine. Ähm... Neun HSLR Steel Scrap. Äh, zwölf Iron Scrap. Ein Weed. Und ein Bucket. Haha. Der Bucket, der ist, äh, Gold wert. Ich sterbe gleich nicht. Wenn du das tust, dann töte ich dich. Ich kann das mal richtig dick einswirbeln, aber jetzt bisschen Weed haben. Aber wie willst du einen Toten töten? Oh Gott, hier sind Fahrländer. Es greifen ja eigentlich die Fahrländer das einen an. Ich belebe ihn wieder an. Hier ist ein Algonboden, ne? Ähm, da sind meine Fackeln. Greifen die Fahrländer das einen an? Keine Ahnung, probier's auf. Ne, nur ein... Ne, hier hinten ist nur ein Teilchen der... Oh Gott. Ich hab ein richtiges Fahrländers Dorf gefunden. Oh, Kürbisse. Oh, Kürbisse. Komm mal wieder nach Hause. Gibt's hier Bienen drin? Ja. Bannen... Ne. Ne. Gibt's nicht. Ich hab gedacht, ich werde angegriffen, aber ich... So, dann... Ich nehm mal sämtliche Seeds mit, die wir so haben. Können wir eigentlich alles anbauen. Das Modpack leckt bei mir so krass. Bei mir eigentlich auch. Soll eventuell die Einstellung ein bisschen runterdrehen. Ich hab jetzt V-Sync an, machen wir jetzt die Bester. Ne, ne, das sind einfach. V-Sync? Ja. Ja. Ich hab alles an. Ich hab 60... 60 Frames durchgehend. Ja, ne, ich nehm nur mal bei 50 auf, aber... Nehmen wir so'n komisches Zidiant-Tempel. Ne, den Cookie machen wir jeden Cookie. Ich glaub... Das ist doch egal. Du brauchst Weizen. Du brauchst Weizen mitgekaufen. So, wer hat er nochmal dort gefunden oder sowas? Äh, ich hab bisschen... 18 Stück. Nimm nur ein bisschen mit. Bin ich jetzt zu hessig, ein Cookie zu kauft? Na, den zwei Weizen? Boah, man. Schau. Wann mach man den zwei Weizen? What? Schon immer. Ah. Okay. Wofür? Äh, für'n Cookie. Ein Cookie. Boah, wieso leckt das so enorm? Ich weiß noch nicht. Ich hab mal ein Näsium gefunden. Oh, hier ist noch schwarz. Also hier sind zwei Schweine. Das ist Quatsch. Na, da kann ich nur... Da können wir ja ein Ammy-Terminal machen, ne? Oder ein Ammy-System generell. Ein kleines? Ja. Ich nur... Na... Ja, ein kleines. Großes. Wollen wir gleich ein bisschen noch Tech-World weitermachen? Komm mit einem Booket an. Weil noch... Äh, 13. Also wahrscheinlich jetzt 14. Wollen wir sonst einmal 20 Minuten, dass wir die Farm wenigst fertig kriegen? Ja. Äh, soll ich mal Fleisch braten? Ja. Also wär ganz gut, wenn einer schon mal das Feld vorbereiten würde mit Dirt. Ja, mach ich dann, wenn wir dort hätten. Ja, ja, ich hab dir dort mitgebracht. Ach da, okay, ich mach schon, ja. Ich bin schon ein paar Sachen nach für den Hochofen am holen. Also für Tinkers Kanzler. Äh, ich hab schon drei Gigabyte drin, das bringt nichts. Hier einfach. Ich hab zwei. Hast du Optifan drin? Ja, irgendwann geht's auch negativ, ne? Die verhindern sich bei Menschen aus. Einfach 2, 3. Wollen wir nicht gleich 8x8? Oh, leu. Einfach in der Mitte ein Zentrum, ein Punkt. Also ich würd hier jetzt einfach... Äh, wer braucht alles Essen? So, so, ne? Hier. Ne, hier, wo ich jetzt bin. Würde ich das Zentrum setzen. Mach dir da Dreck rein, ey, das sieht doch aus. Da ist er... Alter, ich hab jetzt die Kühlhöhle gefunden. Hä, nein, kannst doch lassen. Wasser geht 8. Oh, verdammt. Pack einfach mal das erste... Wasser geht doch in jede Richtung 4, schon vergessen? Stimmt. Oh, ich bin stolz auf mich. Dickes Höhlensystem gefunden hat. So, da wär das theoretisch. Ach komm, dann machen wir gleich die Maximalfläche. Wie gesagt, wir müssen dann halt nur nächstes Mal die Chunks richtig abstecken, die wir haben möchten. Ja. Ähm, 16. Okay, wir haben keine Erde mehr ab. Soll ich noch welche holen? Wäre, glaub ich, gut, ja. Weißt du, was auch die ganze Decks verursacht? Die Blätter, die immer rumfliegen. Stimmt. Da könnte man eventuell gucken, welcher Mod das macht. Ja. Also, bei mir läuft alles flüssig. Ja. Das ist bei mir aber Standard irgendwie, dass, äh, momentan mein PC nicht so richtig will. Denk da an der Hitze. Ja. Ja, das ist das Echte. Okay, mein PC ist eigentlich von... ...vor so ein bisschen heißer. Ja. Also, meine GPU ist jetzt, äh, gerade... Stimmt. Äh, äh, äh... 87 Grad. 240. Ah, 87? Ja. What? Hast du ein Axiallüfter oder nur so ein... Normal. Oder so zwei Lüfter oder so? Also, ich würd sagen, wir machen jetzt langsam mal Pause, weil ich bin grad bei 17. Ja. Ja, wie gesagt, ich will das Feld noch eben schnell fertig machen. Äh, hat nicht irgendwer einen Eimer mitgebracht? Ja. Ich hab noch einmal. Ich hab hier ne unendliche Wasserquelle hier oben gemacht. Ja, dann komm her. Hier, los. Wasser rein. Zwei Leute holen sich ne Hau und los geht's. Oh. Oh, ho, ho, ho. Haha, ne Hau. Haha, lustig, ne? Ja. So. Ah, wo ist meine Waffe, wenn man sie braucht? Freut dich der irgendwo? Äh, also, Kaffee brauchen wir definitiv. Äh, Leak auch. Kaffee. Keine Ahnung, was das sein soll. Peanuts und ein bisschen so Getreide. Äh, eine Frage, die Boring Machine, die war von der Rotary, ne? Ah, super. Die will ich auch recht zum Anfang bauen dann. Ja. Ja. Die hat's auf, die hat's auf den Tech World 8. Mh, das Problem ist, äh, wir müssen uns überlegen, wie wir's semi-automatisch machen. Das heißt, ohne Mods. Die haben keinen, äh, Mine Factory loaded. Das heißt, die Autofarms haben wir hier nicht. Oh. Alter, nein. Äh, springt Sugarcane ab, wenn man da Glas neben macht, so wie bei Kakteen? Äh, nein. Keine Ahnung. Naja, egal, dann müssen wir da mal ein bisschen rumprobieren, wie wir da eine vernünftige Farm zustande kriegen. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Haben wir jetzt diesmal ordentlich was erreicht. Kleines Pferdchen haben wir. Ja. Sind nur 16 Mal gestorben. Ja. Eigentlich müsste man wirklich mal nachziehen und so nachträglich so n Counter einbinden. Ja. Ja, hab ich keinen Bock zu. Ich auch nicht. Scheiße nicht. Ich zähle das nicht. Gut, dann, bis zum nächsten Aufnahme. Ne, lass mal lieber ins Haus gehen. Ja. Genau, lass mal lieber Haus gehen und dann. So. So. Wer hat hier eigentlich noch reingemacht? Keine Ahnung. Denn bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao. Ciao.